Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, willkommen zurück in der Hood Cuisine. Und heute gibt es eine wunderbare Mango-Möhren-Suppe. Wer es noch nicht gesehen hat, checkt das Video davor. Die vegane Milchschnitte, ich sag euch, wie es ist. Vor allem, wenn die nach so einem Tag im Kühlschrank durchgehärtet ist. Utopisch. Lecker. Noch eine kleine Neuerung jetzt. Ich habe in der Videobeschreibung die Links fürs Equipment. Brett. So ein paar Sachen. Kamera. Oft fragen man die Leute, was für eine Kamera benutzt du? Was für ein Mikrofon? Das ist jetzt alles in der Videobeschreibung als Affiliate-Link. Ihr habt da keine Zusatzkosten. Ihr könnt darüber bestellen. Supportet mich, supportet die Hood Cuisine, supportet den Kanal hier. Natürlich bestenfalls könnt ihr, egal was ihr bei Amazon bestellt, diesen Link benutzen. Also ihr geht auf den Link und shoppt dann oben schön weiter. Danke. Heute gibt es eine Mango-Möhren-Suppe. Ich war dafür einkaufen in einem sehr, sehr nicen kleinen Acer-Shop. Ich liebe so kleine Läden. Also es gibt hier in Berlin in der Cannesstraße vorne auch ein Go-Asia. Das ist ein größerer Supermarkt so. Die haben natürlich eine größere Auswahl. Aber wo ich jetzt war, ist so ein kleiner, urischer, familiärer Acer-Shop. Mag ich sehr. Plus, wenn man schon dabei ist bei dem Laden, der Salat ist einfach End-Level. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Natürlich Möhren sieht man irgendwie grau, dies, das. Plus es ist auch ein Mango-Dressing. Also überkrass. Und wenn wir gerade dabei sind, für diesen wunderbaren Shop auch Werbung zu machen. Ey, besten Trauben. Warte, ich zeige die euch. Ich sage euch, wie es ist. Für mich die besten Trauben, die ich jemals gespeist habe. Vor allem, checkt mal die Größe ab. Also ich glaube, das sind so eine Original-Trauben, die sich während der Reifung und während des Wachstums erst entscheiden, ob sie ein Apfel werden sollen oder eine Traube. Gibt es ja. Die haben dann ab einem gewissen Stadium gesagt, ey, okay, nee, wir werden dann doch die Traube, äh, das ist eine Apfel-Traube. Was wir auch gekauft haben, dafür brauche ich auf jeden Fall nachher Handschuh. Eine sehr, sehr scharfe Ware. Äh, ich wollte gerade ein Handtuch holen, weil ich das hier auf der Heizung getrocknet hatte. Es schneit. I don't like this snow. Wir benötigen 600 Gramm Möhren, zwei Mangos, zwei Schalotten, einen Ingwer, so groß wie eine Walnuss ungefähr, eine halbe Chilischote, einen Teelöffel Currypulver, zwei Esslöffel Öl, ein Dreiviertel Liter Gemüsebrühe, 200 Gramm Kokosmilch, Salz, Pfeffer und etwas Limettensaft. Limettensaft haben wir da, ihr wisst vom letzten Video, ich erzähle es nicht nochmal. Bei der Mango, ich sage euch, wie es ist, äh, ich wollte schon immer einen Mango-Kern interviewen und wollte im Kern sagen, ey, warum ist denn so groß? Schreibt es in die Kommentare, was haltet ihr von einem Mango-Kern? Zuallererst schämen wir mal hier die, die Möhrchen. Gehen wir mit die Möhrchen. Ich habe da einen Ohrraum, von wem war der nochmal? Helge Schneider? War das von Helge Schneider? Gehen wir mit die Möhrchen. Oder von was für einem Lied war das? Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, ich freue mich immer über jegliche Kommentare. Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, dass wir da ein bisschen Schwung reinbekommen. Ey, und übrigens wegen Schneefäumern. Greetings an die Damen und Herren, die gerade auf Copangana pengen. Zappolino und Co. Genießt das Wetter dort. Es gibt verschiedene Varianten, wie Leute Mango schneiden. Ich schneide die oben und unten immer mit einem Stückchen ab, dass sie steht. Genau, oben und unten ab. Dass sie einfach schön steht. Und dann kann man hier schön rechts, links, vorne, hinten abschneiden, runterschälen. Auch hier, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das macht. Am Kern praktisch vorbei. Ich mache das immer so, dass ich dann wie so kreuze hier reinschneide. Und dann kann man so nach außen drücken. Die nächste wird mal geschält. Und wie gesagt, ich liebe Mango. Als ich in Thailand war, sieht man glaube ich auch noch in den Vlogs von damals, ey, da einfach bei den Temperaturen einen geilen, freshen Mango-Shake. Machen wir das so. Wir schälen die mal. Und dann genauso wie vorhin. Vielleicht könnte es sogar noch mal besser sein. Weil eben bei der habe ich gemerkt, und das hatte ich auch selten, dass diese Würfel sich halt nicht so geil von der Haut gelöst haben, ne? Mal lernt nie aus, Leute. Das habe ich euch schon gesagt. Longer, Longer gesagt, ich weiß nicht, mal lernt nie aus, gell? Das ist es, Leute. Habe ich so nie gemacht. Wahrscheinlich zu faul zum Schälen gewesen. Bei Ingwer-Schälen gibt es glaube ich auch einen Trick. Ich weiß nicht mehr genau wie, mit dem Löffel oder so. Aber Ingwer-Schälen ist auch nicht optimal. Falls jemand dazu einen geilen Trick hat, bin ich mal gespannt, wie die von der Konsistenz wird. Weil ich mag halt Suppen, wenn die so dickflüssig sind, ne? Oh, eine richtig schlotzige Kartoffel. Supp. Wir nehmen Handschuhe. Ich sage euch, wie es ist. Ich habe mir schon so oft, haben wir irgendwie Chili-Styles gemacht und dann habe ich mir an Zinken gefasst oder irgendwo, ne? Ich finde Chili sehen oft so unecht aus. So wie gemalt. So geil. Komm, wir nehmen so eine kleine. So eine große. Da pfeift mir bestimmt, ne, da rast mir der Blocker, Mann. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erwähnt habt. Aber bin ja aktuell wirklich auch Green Force Fan. Schöne Grüße an Green Force. Was heißt aktuell? Schon eine ganze Weile. Egal, ob da vegan draufsteht oder nicht, ne? Ich merke auch, dass viele heutzutage so direkt Antis sind, weil irgendwo vegan draufsteht. Wir machen, also ich mache das nicht, weil irgendwie Trend oder sonst was. Ich fühle mich einfach fresher. Macht jeder, wie er will. Wichtig. Aber für mich übertrieben krass. Geschmacklich, alles drum und dran. Bada bumm, bada bang. Habe ich bestimmt schon mal gezeigt. Aber kann man ja auch nicht oft genug zeigen. Schöne Grüße auch an Robert, Mann. Robert Marschke, Greetings. Was haben wir damals gemacht in der, da erinnere ich mich immer dran, in der Hood Cuisine? Irgendwas mit Churizo, ne? Und da war das auch so. Wir dachten, wir machen, weil Robert hat die so, hat die so gesnackt und meinte so, ja, geht voll klar. Geht voll klar. Und dann, aber nach dem Einkochen und so, es war heftig. Ich kam gar nicht klar. Vor allem, das war auch noch Livestream und ich esse so das Ding und merke schon so, wie so, es ist auf jeden Fall radical. Das ganze Rezept auch immer in der Videobeschreibung. Das ist jetzt von Chefkoch. Greetings von Chefkoch. So, ich habe jetzt schon in den Topf rein Möhrchen, Ingwer und Zwiebel. Nur mal angenommen, ich hätte euch voll die Story gerade erzählt. Nur mal angenommen. Also nur mal angenommen. Ich hätte euch wirklich eine lange Story erzählt mit allem rum und dran, mit Brett. Es wäre wirklich eine sehr, sehr schöne Story gewesen. Aber ich gucke kurz hin und sehe die Kamera aber gar nicht mehr an. Nur mal angenommen. I like, I like. I like. Mit der Brühe, Gemüsebrühe abgießen. Heißt das abgießen? Ja, ne? Ne, aufgießen. Aufgießen, abgießen. Ihr wisst, was ich meine. Mango-Würfel. Langsam schon dazugeben. Chili dazu. So, das rühren wir jetzt noch schön um und lassen das 15 Minuten köcheln. Und ich glaube, ich habe das Richtige, wo wir die servieren werden. Habe ich damals gekauft, in Bangkok. Kennt ihr so Sachen, die man im Urlaub kauft, aber nie wieder benutzt? Und dort denkt man, es ist voll wichtig. Kokosmilch dazu zwitschern. Pfeffer brauchen wir gar nicht so viel, weil natürlich die Chili, wir haben ja, die haben gesagt, eine halbe Chili, wir haben eine ganze Reihe, aber es war eine kleine. Was man hier auch nicht vergessen darf, wir haben da auch noch eine Schärfe vom Ingwer, den habe ich ganz vergessen. Der kommt auch noch von unten raus. So, Anrichtestiles, wir haben ja hier extra so wunderbaren Einlass. So, ein paar Erdnüsse drauf und vielleicht schon ein bisschen grün. Einfach vor der Anrichtestiles. Danke, dass ihr bis jetzt geschaut habt und wie ihr auch wieder jetzt gesehen habt, es gibt so viele leckere Rezepte, die locker flockig gehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal hier abonniert, wenn ihr hier bei dem Video einen Daumen nach oben zwitschert, bestenfalls auch einen Kommentar schreibt. Da würde ich mich sehr freuen. Abgeschweift kurz. In diesem Sinne, bis ganz bald, bleibt gesund, Ahoi.